Kianosch ist auf jeden Fall sehr ausufernd auf Twitch unterwegs. Liebe geht raus, Kianosch an der Stelle. Ich fühl dich, Bro. Da hat sich dann auch irgendwie Leon Lovelock wieder angesprochen gefühlt und hat da auch... Aha, rein. Aber was ist denn da genau passiert, Digga? Ah, Digga. Wack aufgearbeitet wurde von ihm. Ich hab gegen Leon nie irgendwas gehabt. Ich sag dir wirklich vor ganzem Herz, so wirklich jetzt, ich wünsche dir nichts Schlechtes. Und wenn dich der Titel angegriffen hat, dann tut mir das leid, Bro. Ich sag das eigentlich in jedem Stream, dass wir uns gegeneinander lieben sollen und dass wir uns akzeptieren sollen und miteinander sein sollen. Auch wenn wir eine andere Meinung haben oder wenn wir gewisse Dinge anders sehen, so. Wie es jetzt bei Leon der Fall ist. Deswegen siehst du auch bei ihm gar keinen Hate-Kommentar mehr. Du siehst nur noch Leute, die ihn bestärken in dem, was sie tun, weil alle anderen Menschen ihn abgeschrieben haben. Die interessiert dich gar nicht mehr. Der ist da drin und der kommt da auch nie wieder raus. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Ab eine Stunde und drei Minuten geht es los. Sollen wir uns das angucken, ja? Chat? Seid ihr sicher? Hab das Video auch noch nicht gesehen. Oh man. Müsste ich eigentlich vorher nochmal meditieren an der Stelle, meine lieben Freunde, ja? Wenn wir da wirklich reingehen sollen, dann hole ich mir noch ein bisschen heiliges Holz vorher. So ein bisschen Salbei, ein bisschen heiliges Holz, meine lieben Freunde. Schön alles clean machen jetzt hier. Seele reinigen, Ego töten, nichts persönlich nehmen. Locker bleiben, wir wollen keine negativen Vibes. So, einmal hier den Chat segnen, die Kamera segnen, mich selbst segnen. Energy vor allen Dingen, Herz, Chakra. Aufmachen, meine lieben Freunde. Alles schön aufmachen hier. So. Damit die Energie auch fließen kann hier an der Stelle, ja? So läuft der Laden. Ich küsse euer Herz. Einmal kurz clean gemacht alles. Chakra-Energien sind am fließen. Bisschen heiliges Holz anmachen noch hier an der Stelle. Hallo, Santo, meine lieben Freunde. Alles offen, Digi. Alles nice. Okay, meine Judzen. Ich bin eingeladen zusammen mit Tilma Knechte, deinem alten Kumpel hier von Trau Kein Promi. Das ist Echtzeit-Feedback. Also ich sag ihm nicht, er soll keinen Twitch machen. Das ist schon geil, so dieses Interaktive. Ja, auch bei Keanu, ich bin nicht der Meinung, dass er sich da viel strenger limitieren sollte. Also ich sag ihm nicht, er soll keinen Twitch machen. Aber ich bin der Meinung, dass es schon ein bisschen too much ist, weil er mittlerweile mehr dafür wahrgenommen wird, als dafür, dass er eigentlich meiner Meinung nach nach wie vor einer der besten Rapper Deutschlands ist. Ist er. Ist er, absolut. Und safe, safe. Ist einfach die Energy, weißt du? Kianos hat eine Mega-Energy, finde ich. Der ist auch ein sehr offener Mensch. Ich finde, bei Kianos ist es auch extrem so, dass du durch seine Augen seine Seele sehen kannst. Und er ist ein sehr wissbegieriger, der hat sein inneres Kind noch am Start. Ist ein sehr wissbegieriger, guter Mensch, so. Und safe auch dadurch einer der krassesten Rapper, weil du in seinen Texten und wenn er rappt auch, das auch spürst. Weißt du, ich meine, du spürst seine Seele, du spürst seine Emotionen. Du fühlst es einfach, weißt du? So, fühl it in, man. Ich bin doch eh jemand, der gut fühlt. Und deswegen finde ich das geil. Aber ich finde auch geil, was Kianos auf Twitch macht, so. Ich finde es sehr geil. Und ich finde es auch sogar sehr gut, dass er das auch so macht, weil ich finde, das widerspricht sich nicht. Wenn du Musik machst, wenn du vor allen Dingen eine gewisse Message hast, die Kianos von Tag 1 hatte, so. Dann ist es doch geil, wenn du parallel dazu noch die gleiche Message eigentlich auch in Reactions und in Streams rüberbringst, da auf Videos reagierst, die deiner Meinung nach wichtig sind, um Menschen irgendwo aufzuwecken und diese gute Message weiterhin zu verbreiten, so. Weißt du? Deswegen finde ich, ich finde, Kianos macht das alles nice, Digi. Und ich werde das genauso tun oder mache es genauso. Musik wird von mir auch wieder mehr kommen. Und ich werde weiterhin auf Twitch auf diese Sachen reagieren und die Themen ansprechen, die mir persönlich auf dem Herzen liegen. Das ist halt auch immer sehr individuell, ne. Jeder Mensch sieht es ja natürlich auch anders so. Nicht alle Menschen haben dieses Bedürfnis danach, so eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber das ist dieses Revolutionsherz, Digga. Das ist dieses so, das steckt in manchen Menschen einfach drin. Und denen würde es nicht gut gehen, wenn sie das unterdrücken und wenn sie das weglassen und wenn sie sich nicht mehr mit den Themen beschäftigen oder nicht mehr das Gefühl haben, dass sie irgendwie was verändern auch durch diese Sachen. Weißt du? Das ist es halt. Aber er hat halt seinen eigenen Kopf und ist ein gestandener Mann und er macht das, worauf er Bock hat. Und er war auch definitiv, glaube ich, sogar als Deutschrapper der Erste auf Twitch. Krass. Ich will es nicht übertreiben, aber er war wirklich, glaube ich, der Erste Rapper in Deutschland, der auf Twitch war. Und dementsprechend lässt er sich das auch nicht mehr nehmen und es ist in Ordnung. Liebe geht raus an Kianosch an der Stelle. Ich fühl dich, bro. Ja, safe. Nee, absolut. Also Kianosch ist auf jeden Fall sehr ausufernd auf Twitch unterwegs. Hat da aber auch ab und zu mal sowas wie eine Live-Session gemacht oder mal Freestyle einfach live reingeschallert. Also es geht auch schon um Musik, aber ich habe momentan so das Gefühl, dass es mehr um diese investigativen Verschwörungstheorien aufdecken geht und so weiter und da muss man natürlich auch aufpassen, Alter, wen zieht man sich da ran als Community? Und ich habe auf jeden Fall gesehen, da gab es dann zwischen dir und Kianosch... Wahrheitssuchende Brüder, die auch auf der Suche sind. So, die ziehst du dir an. Gute Menschen. Menschen, die viel Liebe im Herzen haben. Also ich spüre das bei mir in meiner Community auf jeden Fall. Liegt natürlich auch daran, weil ich auch sehr viel Liebe nach außen trage, so. Aber Kianosch ist es, glaube ich, auch so. Ich würde die Leute, die jetzt sich mit solchen Theorien und Themen beschäftigen und ihr drittes Auge offen haben und schauen so in der Welt, was vielleicht eventuell schiefläuft, wo eventuell was mehr dahinter stecken könnte, als was die Medien uns erzählen, glaube ich nicht, dass man die grundsätzlich in irgendeine menschliche Ecke drücken kann oder so. Weißt du, wie ich meine so? Im Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, dass meine Community sich noch mehr aufbaut mit diesen Themen in eine positive Richtung. Weißt du? Die Community, die ich vorher mit dem Entertainment-Shit bei mir hatte, wo ich eigentlich nur so Unterhaltungsgeschichten gemacht habe, die auch nicht verkehrt sind, die ich auch nice finde, waren auch sehr viele coole, liebende Menschen dabei, aber halt auch sehr viele stumpfe Leute, die halt auch einfach nicht tief gehen. Weißt du? Und ich bin ein tiefer Mensch und ich glaube, Kianosch ist auch ein sehr tiefer Mensch und dann zieht man auch tiefe Leute an, die auch tief denken, die tief recherchieren, die mies recherchieren. Und an der Stelle ist was Gutes. Wie eine Diskussion auch darüber, wo du auch so ein bisschen, sagen wir mal, kritische Worte, aber halt auch freundschaftlich gesagt hast. Ja, das fand ich auch nice, Alter. Das haben wir uns auch im Stream reingezogen. Und da war ich auf jeden Fall auch sehr begeistert, wie gesund ihr miteinander auch diskutieren könnt, so auf Augenhöhe. Weißt du, es war nicht so, dass du der Belehrende warst und Kianosch der Devote oder sowas. Oder du warst derjenige, der irgendwas kritisiert hat und er hat voll zickig reagiert. Geht's dann auch, geht's jetzt los langsam auch mit dem Thema, wo es um mich geht? Schön, da miteinander eigentlich kommuniziert und in den Dialog geführt. Und da hat sich dann auch irgendwie Leon Lauflock wieder angesprochen geführt und hat da auch ein Video gemacht, haben wir PA an den Mainstream verloren und dann gab's Nicht Mainstream, Matrix. ...noch ein Video, ich hab versucht, mir das bis zum Ende reinzuziehen, harte Ansage von PA Sports an mich und alle Verschwörungstheoretiker, als dann aber Leon Lauflock da in diesem Video gesagt hat, dass er Kontakte zur Regierung hat und dass es da wohl zweifelsohne irgendwelche Listen gibt, auf denen er steht bei der Regierung und deswegen da... Wie der das wieder hinstellt, der Bruder, ja. Marvin, mein Jutster, mein Jutster Liebster. Ich hab nicht gesagt, dass ich Kontakte zur Regierung habe, ich hab gesagt, dass ich Leute kenne, die bei der Polizei arbeiten, na, und mir gesagt haben, dass es wohl irgendwelche Listen gibt, wo Leute, ich muss, weiß nicht, ob ich aufpassen muss, aber scheiß drauf, ich hau das jetzt einfach mal so raus an der Stelle, wo Leute einfach draufstehen, die angeblich staatsgefährdend sind, so, weißt du, und vor allen Dingen in der Zeit, Corona-Zeit, die Leute, die halt gegen diese Maßnahmen geredet haben, die den Staat und die Maßnahmen und die Politiker kritisiert haben, wurden natürlich dann auch dementsprechend da gelistet und beobachtet, so. Es gibt sogar Leute, die haben deswegen das Land verlassen, gab es Haftbefehle, etc., so, die waren natürlich viel intensiver, ich rede jetzt gerade von so einem Attila Hildmann, so, er hat einen Haftbefehl bekommen wegen diesen Sachen, weißt du, und natürlich hat er auch übertrieben, sehe ich genauso, ich finde, er hat maßlos übertrieben, teilweise, am Anfang war es noch relativ human, aber dann ist er irgendwann, hat er ein bisschen reingeschissen und das ist halt Fakt, so, da geht es nicht darum, dass ich irgendwelche Kontakte zu Regierungen habe und irgendwie CIA-mäßig unterwegs bin, Bro. auch unter Beobachtung, das habe ich dann ausgemacht, das Wort mir dann ein bisschen zu wird, aber was ist denn da genau passiert, Digga? Ja, ich will das Thema jetzt gar nicht allzu groß machen, ich bin, was das angeht, schon ein bisschen verärgert, weil ich der Meinung bin, dass es total whack aufgearbeitet wurde von ihm, ich habe gegen Leon nie irgendwas gehabt, ich war eigentlich immer cool mit ihm und korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich dir ein, zwei Mal auch auf der Racket gesagt habe, ey, komm, lass ihn doch, ist eigentlich kein schlechter Typ und so, und obwohl ich ihn irgendwann mal auch ein bisschen privater an mich herangelassen habe und dann auch ein, zwei Sachen passieren, die in meiner Welt eigentlich ausreichend dafür sind, jemanden so zu canceln, wie ich das Leben und Loyalität und Männlichkeit und so auch wahrnehme, habe ich trotzdem nie irgendwie öffentlich darüber gesprochen, ich bin ihm trotzdem immer mit Respekt begegnet und habe ihm auch oft Tipps gegeben und mich mit ihm unterhalten und ihm sogar auch noch, weiß ich nicht, ist jetzt wieder ein bisschen was her, sogar zugesagt, dass ich auch bereit wäre, mal wieder einen Talk mit ihm zu machen und so, auch nach seinen ganzen Geschichten, die er da hatte, aber das kann ich bestätigen, also ich weiß nicht genau, von welcher Geschichte er gerade redet, was diese Privatsache angeht, aber ja, ich glaube, ich weiß, was er meint und da könnte ich jetzt was zu sagen, aber weiß ich nicht, also ich will nicht derjenige sein, der jetzt irgendwelche Themen in die Öffentlichkeit trägt oder so, weißt du, ähm, ja, da habe ich natürlich auch meine Perspektive drauf auf die ganze Geschichte, ich kann aber nur immer wieder sagen, das habe ich auch in der Reaction schon gesagt, dass ich nichts gegen PA Sports habe und dass ich auch nicht irgendwelche Videos hochgeladen habe jetzt, um ihn irgendwie anzugreifen oder so, was weißt du, und ich glaube, wer die Reactions auch sich reingezogen hat und die Videos, die ich gemacht habe, reingezogen hat, so, der sieht und merkt auch, dass ich nichts gegen den habe und dass ich ihn nicht angreifen wollte und dass ich ihm nichts Schlechtes wünsche für sein Leben oder irgendwie sowas und definitiv keine negativen, keine Ahnung, keine Mission hatte, ihn irgendwie in ein negatives Licht reinzustellen oder so, das ist alles mehr oder weniger aus Zufall entstanden, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich gesehen habe, dass er über diese Pyramidengeschichte geredet hat und dann habe ich halt darauf reagiert und habe so darauf reagiert, wie ich halt auch wirklich bin, ohne mich zurückzuhalten und wie ich denke halt, weißt du, wie ich meine so und ich finde nicht, dass das irgendwie ein Anlass ist, um zu sagen, okay, der will mir jetzt was Böses, so, weißt du. Eine ganz komische Geschichte, also, wenn ich dir das jetzt kurz aufarbeiten muss, wie ging das los, ja, ich war bei Twitch Live, siehst du, diese Twitch Live Streams, die sorgen einfach nur für Blatt. Ich war bei Twitch Live und habe so ein paar Discord Calls gemacht und hatte dann einen sehr amüsanten Supporter in der Leitung gehabt, der mit mir darüber gesprochen hat, dass er irgendwie ein Referat in der Schule gehalten hat, über Rapper, die irgendwelche Verschwörungstheorien raushauen und dann hat er sich mein damaliges Interview mit Leon Lovelock vorgenommen. Das Pyramiden-Ding. Genau, und als er das angesprochen hat, war ich erstmal so, habe ich abgeschreckt reagiert, weil ich einfach nicht mehr zu 100% hinter diesem Interview stehe, aber gar nicht wegen dem Pyramiden-Ding. Das Pyramiden-Ding ist meiner Meinung nach immer noch ein völlig legitimes Thema, worüber man gerne philosophieren kann und sprechen kann. Da bist du noch lange kein Aluhutträger für mich. Da gibt es eher andere Passagen, wo ich halt Sachen gesagt habe, die ich heute... Ich fand es legendär, als PA das ausgepackt hat. Ah ja, ich hart. Also das Interview, einer der geilsten Interviews mit PA generell. Die Talks mit PA haben immer sehr viel Spaß gemacht. Der Titel war ein bisschen provokant, aber deine Aussagen kamen nicht kritisierend. Ich glaube, der Titel hat ihn einfach getroffen, wahrscheinlich. Okay, krass. Okay, ey, dafür kann ich mich auch gerne gerade machen, weißt du, wie ich meine? So, ich weiß es ja nicht. Wir haben leider nie miteinander geredet. Es wäre, glaube ich, gut, wenn wir mal miteinander auch reden, was diese Sache angeht. So, und wenn wirklich das so war, dass er den Titel falsch aufgenommen hat irgendwie, na, ist halt, ja, dann kann ich mich dafür auch gerne gerade machen und den Titel auch ändern oder so, weißt du, wie ich meine? Das Gesagte, was ich gesagt habe, da stehe ich halt 100% dahinter. Aber wenn der Titel irgendwie in den falschen Hals gerutscht ist, dann tut mir das leid an der Stelle, ja. Also da habe ich auch kein Problem mit ihm zu sagen, wenn das irgendwie falsch bei dir angekommen ist, dann tut mir das, Bro, ich bin auf harmonischen Vibes unterwegs. Ich will keine negativen Vibes mit irgendwelchen Menschen, gerade nicht mit Menschen, mit denen ich eine gute Verbindung hatte. Und deswegen, wenn er sich davon irgendwie angegriffen gefühlt hat, dann tut mir das leid, weil ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass Menschen sich angegriffen fühlen. Aber ich habe das nicht negativ gemeint und auch die Sachen, die ich in dem Video gesagt habe, waren von meiner Seite nicht so, dass ich ihn angreifen wollte. In ganz anderen Bereichen, da ging es auch nicht um Verschwörungen und sowas, ja. Und allein schon diese Reaktion darauf, dass er Leon Lovelock-Interview gesagt hat, so hat ihm, glaube ich, nicht gefallen. Das hat ihn so ein bisschen getriggert, dass ich da so ein bisschen negativer drauf reagiert habe. Er nimmt sehr viele Sachen immer sehr schnell persönlich, obwohl man es gar nicht persönlich meint. Das ist richtig. Und dann hat er halt... Nee, eigentlich nicht, Bro. Also ich habe das nicht wirklich persönlich genommen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nicht auf das Video reagiert, weil ich irgendwas in dem Video persönlich genommen habe. Leute denken zu viel. Also Leute denken wirklich, dass ich das mir reingezogen habe und dann an dieser einen Stelle dann gesagt habe, so ey, okay, nee, da muss ich jetzt was gegen sagen oder so. Ich bin null durchdacht, null Prozent vorbereitet, null Prozent gar nichts habe ich mir davon reingezogen. Ich habe das nur gesehen. Mein Gesicht im Thumbnail war sogar, glaube ich, mit drin. Und dann stand da über Leon Lovelock-Pyramiden-Verschwörungen, bla bla bla, PA Sports. Da habe ich gesagt, okay, dann gehen wir da mal rein. Und auf spontan, ohne vor... Ich habe noch nie ein Video, auf was wir reagiert haben, mir vorher selber reingezogen. Noch nie. Auf dieses Gespräch mit mir und diesem Jungen reagiert und war so die ganze Zeit hin- und hergerissen. Er hat... Ja, der PA, der ist ja auch nicht mehr so ein Typ, der irgendwie Verschwörungen raushaut. Der hat sich ja voll so zurückgenommen. Wobei ich nie ein Typ war, der Verschwörungen rausgehauen hat. Ich habe dieses eine Interview mit ihm geführt, wo ich mal ein bisschen lockerlässig einfach über ein paar Themen gesprochen habe. Aber wenn er irgendwelche Videos von mir kennt, wo ich so voll unterwegs war in diesem Bereich, dann kann er sie gerne droppen. Ich war immer ein systemkritischer Mensch und das bin ich auch nach wie vor. Aber das sind für mich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Auf jeden Fall war er die ganze Zeit so, ja, er ist so weg davon. Dann hat er irgendwann mal wieder gemerkt, dass ich eigentlich doch kritische Sachen sage oder eigene Denkansätze verfolge. Dann war er wieder, ja, aber eigentlich ist er doch noch so. Und du hast gemerkt, dass er eigentlich nur in so zwei verschiedenen Schubladen denken kann und es nicht auf die Reihe bekommt, zu verstehen, dass ich einfach ein Mensch bin, der auf beiden Seiten kritisch ist. Ja, Bro, aber ganz ehrlich, wenn du dir das Video reinziehst, wenn du dir die Reaction reinziehst, das war ja auch viel Dings so. Das war ja auch für mich auch lustig irgendwie. Weißt du, ich habe das ja nicht jetzt so auf Ernst, so voll auf Ernst oder so, weißt du, sondern das war so, ja, das war ja für mich auch so lustig, dann zu sehen, okay, krass, PA hält sich hier dann zurück und die Themen spricht er nicht mehr an, aber dann ist er doch wieder und ich hatte dann das Gefühl und so. Das war halt einfach real, das bin halt ich. Das war halt genau so, wie ich in dem Moment gefühlt habe, ohne einen Filter aufzusetzen. Ich war einfach Leon Lovelock, der sich gerade ein Ding von PA über die Pyramidensache reinzieht, das enjoyed hat. Ich habe diese Reaction auch sehr enjoyed. Das hat mir Spaß gemacht, Diggi. Ich wollte da keine, da war nichts Negatives in meinem Herzen, während ich das gemacht habe und ich wollte auch nicht in irgendwelche Schubladen dich reinstecken oder so, sondern ich habe es einfach so reagiert, wie es bei mir angekommen ist, so. Nicht mehr und nicht weniger, so. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch schon so ausgedrückt, wie ich das auch fühle, so. Ich brauche da jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen und ja, Diggi, so. Weißt du, was ich meine? Ich bin eigentlich sehr gesund in der Mitte, würde ich sagen. Darauf hat er auf jeden Fall reagiert und diese Reaction war auch nicht schlimm, aber wie er das dann titelt, ist halt ein bisschen komisch. Da haben wir PA an die Matrix verloren. Dann hat Kianosch auf diese Reaction von ihm reagiert und das habe ich dann live gesehen. und dann ging es. Ich glaube, der Ursprung war einfach der Name von dem Titel und ich schwöre dir, Bro, PA, falls du das hier siehst, ich sage dir wirklich von ganzem Herzen, so wirklich jetzt, ich wünsche dir nichts Schlechtes und wenn dich der Titel angegriffen hat, dann tut mir das leid, Bro. Ich wollte dich nicht angreifen mit dieser Reaction. Das war nicht meine Intention und die Leute, die mich kennen, die wissen das und ich glaube, du kennst mich auch gut genug, um zu wissen, dass ich dir nicht schaden möchte und dass ich dir nichts Schlimmes wünsche und dass ich nicht mal, also dass ich auch nicht jetzt irgendwie eine Abneigung dir gegenüber habe, weil du dich nicht mit diesen Themen auseinandersetzt, mit denen ich mich auseinandersetze oder in Kianosch sich auseinandersetzt, so weißt du. Das will ich, dass du das weißt, so jetzt von Mensch zu Mensch. Scheiß auf Reactions, Scheiß auf Twitch, Scheiß auf alles, weißt du, weißt du. Im Chat voll ab, ja, der PA, der hat sich im Mainstream verkauft oder keine Ahnung, was für Bullshit und dann habe ich den Kianosch live angerufen, so ne, und wir haben ja mittlerweile schon, es ist kein Geheimnis mehr, dass wir auch dieses Eis gebrochen haben und auch öffentlich miteinander diskutieren können, ohne uns auf den Schlips getreten zu fühlen, weil wir jetzt kennen und die Leute auch wissen, dass wir uns nah stehen und das ist nichts Schlimmes, so ne, und dann habe ich ihm halt, habe ich mit meinem Freund geredet und das ist für mich das viel wichtigere Thema, darüber, darauf können wir gleich nochmal eingehen, so, und habe halt so meine Meinung zu diesen ganzen Meinungen gesagt, so, ne, und habe ihn auch davon abgeraten, diese Community so zu züchten und daraufhin hat Leon wiederum ein Reaction-Video darauf gemacht, dass er getitelt hat mit Ansage an mich und alle Verschwörungstheoretiker und bei Leon hat sich das ja mittlerweile auch so entwickelt, die, weiß ich nicht, die Hip-Hop-Szene oder diese Community, die wir bedienen, die hört ihm ja gar nicht mehr zu, da sind ja mittlerweile wirklich Gleichgesinnte nur noch, die ihm zuhören und ihm auch dementsprechend nur noch Zuspruch geben, so, ja, und dann, teils, teils würde ich sagen, ich glaube, ich habe immer noch ein, zwei, drei, also ich habe immer noch ein paar Prozent definitiv, die auch aus dieser YouTube-Hip-Hop-Pubble gekommen sind, die ich mir halt auch, die Reichweite, die ich mir damals aufgebaut habe mit dem Content, den ich damals gemacht habe, so, ich glaube, es ist immer noch ein Teil definitiv auch aus der Szene quasi in meinen Chats, in meinen Kommentaren, in, ja, bei den Klicks dabei so, also ich glaube, ich habe immer noch ein paar Prozent auf jeden Fall, die sich von dieser Szene auch in meinen Content reinziehen, aber natürlich hat sich meine Community, seitdem ich mich mit, nicht nur mit Theorien auseinandersetze, was ja sowieso schwer ist, Verschwörungstheoretiker etc., ich beschäftige mich halt mit Themen, die fernab vom Mainstream sind, aber vor allen Dingen auch mit den Themen, so wie mit Bewusstsein, Meditation, Spiritualität, wo ich auch Talks gemacht habe mit Maxim Mankiewicz, mit Kurt Tepperwein, Patrick Reiser und auch noch connected bin mit ganz anderen Leuten, habe ich mir natürlich auch eine neue Community aufgebaut beziehungsweise neue Menschen auf den, also zu dem Content, also zu meinem Content gezogen, so, wo ich auch sehr froh drüber bin, weil ich sage dir ehrlich, diese neuen Menschen auch sehr viel Liebe in sich haben und dadurch, dass ich halt mehr mich mit Bewusstsein, Spiritualität und diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt habe, habe ich auch mehr wieder zurück zu mir und zu meinem Kern gefunden, bin auch wieder ein liebenderer Mensch geworden, der sich nicht von seinen Emotionen oder Gedanken leiten lässt und dadurch zieht man auch viel mehr Liebe und Bewusstsein und solche Menschen in sein Leben rein quasi oder auch in die Kommentarspalte oder in den Chat, weißt du, und da bin ich sehr, 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 sehr froh drüber, dass sich so entwickelt, wie es sich entwickelt, weil ich habe mich halt als Mensch extrem weiterentwickelt und ich bin stolz und froh über meine persönliche Entwicklung, die auch noch weitergehen wird und deswegen auch stolz und froh auf meine neue Community, aber auch auf die alte Community, die ich eventuell mitgenommen habe und die sich jetzt durch mich auch mit diesen Themen auseinandersetzen, weißt du, das ist ein sehr positives Ding. Siehst du darunter unter seinem Video irgendwie 600, 700 Kommentare von Leuten, die mich teilweise auch beleidigen. Und das ist keine schöne und keine positive Sache und da bin ich auch wirklich so, das ist schade, traurig, dass Leute das dann machen, weil ich habe keinen Anlass dafür gegeben und habe das nirgendwo erwähnt, dass wir jetzt gegeneinander kämpfen und habe das auch sofort im Stream danach gesagt, dass ich ein paar Kommentare gesehen habe und dass ich das nicht gut finde, dass Leute sich auf eine Seite schlagen und dann die andere Seite irgendwie runtermachen oder so, weil ich das auch, ich sage das eigentlich in jedem Stream, dass wir uns gegeneinander lieben sollen und dass wir uns akzeptieren sollen und miteinander sein sollen, auch wenn wir eine andere Meinung haben oder wenn wir gewisse Dinge anders sehen. Das ist eine Sache, dafür stehe ich und deswegen finde ich das auch nicht gut, wenn Leute in meinen Kommentaren irgendwie negativ über PA geredet haben oder ihn sogar beleidigt haben. Das wollte ich nicht auslösen und ich habe das auch nicht gefordert von irgendwelchen Leuten und ich muss da ganz klar sagen, das finde ich nicht gut. Das hat er angezündet und mich interessiert es nicht, weil ich habe auch kein Interesse daran, diese Leute irgendwie auf meiner Seite zu haben, aber allein schon aus dem Standpunkt betrachtet, dass ich ihm nie was getan habe, immer cool zu ihm gewesen bin, finde ich es nicht schön, dass er sowas losgetreten hat. Aber scheiß drauf. Das Ding ist halt, es war halt auch nicht meine Intention bei der ganzen Sache so, weißt du, das kommt jetzt gerade so rüber, als ob es meine Intention gewesen ist, dass Leute PA beleidigen oder so. Das war gar nicht meine Intention so. Ich habe ganz normal auf dieses eine Pyramiden-Video reagiert, so wie ich reagiert habe, weil das ich bin so. Und dann hat er mit Kianos geredet und dieses Gespräch mit Kianos, da war er schon sehr emotional und hat auch gewisse Dinge gesagt, die er halt gesagt hat. Ich habe das aber auch nicht persönlich genommen oder an mich herangelassen. Das hätte man auch anders aufnehmen können, teilweise, was er gesagt hat, mit Idioten und bla bla bla. Das ist ja auch schon eine Sache, die schon, weißt du, so, ich habe das nicht persönlich genommen, bin da auch nicht drauf eingegangen und habe auch nicht gesagt, dass er irgendwie, also ich glaube nicht, dass ich das ausgelöst habe, dass Leute ihn beleidigen, sondern er seine Worte, die er da gesagt hat, gegenüber diesen Leuten, die sich mit Themen beschäftigen, das hat das ausgelöst. Dafür bin ich nicht verantwortlich, weil ich darauf reagiert habe, weil es um mich ging am Ende des Tages, so, weißt du. Also, weiß nicht, Bro. Also, das finde ich ein bisschen schade, dass du jetzt sagst, dass ich irgendwie deine negative Welle dir gegenüber losgetreten habe, was nur meine Intention war. Ich habe im Gespräch mit Kianos, weil es auch live ist, das ist nichts gestaged oder so, habe ich vielleicht auch ein, zwei Sätze gedroppt, die den Anschein erwirken könnten, als würde ich, die den Anschein erwecken könnten, als würde ich mich dem Mainstream anbiedern, weil ich gesagt habe, ey, wenn du Mainstream stattfinden möchtest und dann das oder das sagst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du da irgendwie gecancelt wirst. oder sonst irgendetwas. Aber das hat ja, das wurde dann sehr heiß gekocht, diese Aussage. Bro, ich bin ein Mensch, ich habe vor einem Jahr noch mit dem aktuellen Mindset, das ich auch heute habe, ein riesiges Statement zum Palästina-Thema gedroppt, weil das für mich ein greifbares Thema ist, weil ich darüber auch ein bisschen Wissen habe und einfach Ungerechtigkeit gesehen habe. Und das ist, glaube ich, das heikelste Thema, was du ansprechen kannst in Deutschland, wenn es darum geht, sich nicht mit dem Mainstream, wenn du es dir nicht mit dem Mainstream verscherzen willst. Aber wenn ich wirklich etwas zu sagen habe und es mir auf der Seele brennt, dann sage ich es. Dann sage ich es nach wie vor und dann hat das, was ich sage, auch Substanz und dann ist es auch greifbar. Respekt, Bro. Feier ich. Das feier ich an dir. Aber meine Aufgabe ist es nicht, bei Twitch zu hängen und mir keine Ahnung was, Alter, die geheimen Akten von Sion reinzuziehen, wo es irgendwie darum geht, dass Adolf Hedler eventuell doch kein Hundesohn gewesen ist oder irgendwas. Was wir nie getan haben, das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Also wir haben das nie gemacht. Davon distanzieren wir uns natürlich auch. Aber jeder ist natürlich anders, so weißt du. Natürlich, wenn er das nicht feiert, dann soll er es auch nicht tun. Und wenn andere Leute das feiern zu tun, dann sollen die das tun, so weißt du. Wir als Chat, wir feiern das, uns mit gewissen Themen auseinanderzusetzen, so. Wir feiern das, bewusster zu werden, als Menschen eine Entwicklung zu machen und vor allen Dingen halt versuchen auch Menschen irgendwie einen Denkanstoß zu geben, Leuten was beizubringen, selber Wissen uns anzueignen und so. Wir feiern das. Wir finden das gut. Wir finden das geil, so. Weißt du. So. Und da kann man sich trotzdem gegenseitig respektieren, finde ich. Weißt du. Kann man trotzdem sagen so, ey, die Leute machen das so, ich mach das so und am Ende, Bro, lass uns doch gegenseitig gucken, wo wir Überschneidungen haben. Lass uns dafür feiern und den Rest macht jeder so, wie er es für richtig hält, oder? Oder irgendwas über die hohle Erde oder Weltverschneidungen. Das ist nicht mein Ding. Und ja, als Geschäftsmann und nicht nur als Geschäftsmann, als jemand, der ein Label hat und auch Verantwortung für seine Leute trägt, Digga, bin ich dazu verpflichtet, davon abzuraten, Alter. Ganz einfach. Und das hat nichts, was soll ich, wie soll ich darauf reagieren, so. Weißt du, was ich meine? Und die Leute kriegen ja die Gespräche zwischen mir und meinen Künstlern nicht mit. Die kriegen ja nicht mit, dass, wenn Kianus eine Single droppt, in die er Liebe reingesteckt hat und dann auf einmal Scheiße platziert wird, möge es von was auch immer kommen. Wie enttäuscht er dann auch ist und sich darüber abfuckt und auch sich in seiner Existenz irgendwie bedroht ist. Und wenn er mich dann... Das ist halt traurig. Weißt du, wie ich meine so? Das finde ich halt sehr, sehr traurig. Nur weil Kianus sich mit gewissen Themen auseinandersetzt oder auch schon mal Sachen hinterfragt hat oder auch in der Öffentlichkeit schon mal Sachen gesagt hat, die vielleicht ein bisschen wild waren oder so, dass er deswegen halt schlechter gelistet wird. Das ist eine Welt, die ich nicht feiere, Digga. Ich finde dieses... Ich finde diesen Mechanismus vom Mainstream, dass wenn du gewisse Sachen sprichst, dass du dann nicht mehr das machen darfst und so, das finde ich einfach nicht nice. Ich finde das nicht geil. Weißt du? Und ich werde mich nicht mehr nie wieder... Werde ich mich verbiegen oder irgendwas tun, nur damit ich dann irgendwo stattfinde oder nicht stattfinde. Aber das muss man sich halt bewusst machen. Und im ersten Moment, wenn das passiert und wenn du merkst, okay, Menschen mögen dich nicht mehr beziehungsweise supporten dich nicht mehr, weil du eine gewisse Meinung vertrittst oder weil du ein wissbegieriger Mensch bist, der sich mit Themen auseinandersetzt, mit denen die meisten sich nicht auseinandersetzen, dann hast du Einbußen, geschäftliche Einbußen, finanzielle Einbußen, dann läuft nicht mehr so krass. Das musst du dir halt bewusst machen und am Anfang ist es halt nicht einfach, aber irgendwann, ja, ich habe mich halt persönlich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen, zu sagen, ich bin mit Gott, ich beschäftige mich mit den Themen, die mir auf dem Herzen liegen, die ich im Herzen drin habe, die meine Seele fühlt, so. Und alles, was dadurch passiert und was kommt in meinem Leben, habe ich genau so verdient. und ja, vielleicht ist der Weg so ein bisschen schwieriger, aber wenigstens bin ich dann immer true to myself geblieben und das ist eine Sache, die mir halt sehr, sehr wichtig ist, dass ich immer das, was ich denke und was ich fühle, auch mich traue auszusprechen, weil ich will halt einfach kein Produkt sein so. Ich will halt einfach niemand sein, der sich, der sich anbiedert die ganze Zeit, nur damit eine gewisse Zuhörerschaft mich feiert und ein Teil meiner Persönlichkeit deswegen dafür unterdrücken muss, damit ich irgendwo stattfinden kann. Das ist einfach nicht das Leben, was ich mir auch für mich selber vorstelle, weil ich auch gemerkt habe, dass wenn du das tust, dass auch wirklich einen Effekt auch auf dein persönliches, echtes Leben außerhalb vom Internet hat, so. Wenn du dich im Internet die ganze Zeit verstellst oder wenn du gewisse Teile von dir unterdrückst und wenn du jemand bist, der du eigentlich nicht bist und Leute dich, diese Person feiern, die eigentlich gar nicht echt ist, dann hat das einen Einfluss auf deine Psyche, auf dein echtes Leben, auf deinen Umgang mit Menschen, auf deine Liebe, auf dein Herz, auf deine Seele und das sind einfach Sachen, die möchte ich für mich in meinem Leben nicht. Das möchte ich nicht, Digga. Deswegen bleibe ich halt so, wie ich bin, aber jeder soll trotzdem so machen, wie er möchte. Weißt du? Warum ist das so? Da muss ich ihm darauf eine ehrliche Meinung und eine ehrliche Antwort geben. Ich könnte ihm sagen, ja, das ist alles von oben, die wollen uns steuern und die wollen dich tot machen, weil du das und das machst. Komm, wir gehen jetzt zu denen ins Büro und fackeln deren Gebäude ab. Ja, wer von mir erwartet, dass ich ein richtiger Freund wäre, wenn ich so darauf reagiere, dem ist nicht mehr zu helfen, Digga. Ich kann ihm dann einfach nur sagen, Bro, guck mal, bei dir sind zwei, drei Sachen passiert. Du hast ein Interview dort gegeben, eine bestimmte Aussage, die total schwachsinnig gewesen ist, was er auch heute weiß, ist zu einem Meme geworden. Genau in dem Zeitpunkt, wo das zu einem Meme geworden ist, war Corona-Lockdown in Deutschland. Du hast dich bei Twitch hingesetzt, hast mit teilweise sehr fragwürdigen Leuten in deinem Stream geredet. Ich weiß, dass du es nicht böse meinst. Du recherchierst auch gar nicht, wen du da zu dir in den Stream holst. Diese Community, die du dir da heranzüchtest, die empfiehlt dir mit dem und dem. Kianusch ist halt auch voll nach seinem Gefühl unterwegs, so nach seinem Bauchgefühl und was er gerade fühlt und trägt das auch halt voll nach außen. Kianusch ist halt real, 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 sein Vater, Bruder. Weißt du, wie ich meine so? Der ist halt real, Bro. Der ist real, Bro. Wo ich den ersten Talk mit ihm hatte, so das war eine der geilsten Situationen in meinem Leben, weil ich einfach gemerkt habe, der Typ ist echt, Alter. Wie das Interview schon anfängt, als ich ihn frage, ob seine Kette echt ist und er sagt, nein, auf keinen Fall ist die echt. Warum soll ich so nicht scheiß, warum soll ich mir, warum soll ich dafür Geld ausgeben, so, weißt du? On cam, Bro. Und das ist einfach, das ist einfach, Bruder, das weiß ich so krass zu schätzen und ja, Digga, ich finde es so traurig, dass, weil Kianusch, Bruder, der hat über die Erde geredet, weißt du, wie ich meine so, dass er denkt, dass die Erde nicht die Form hat, die uns beigebracht wurde und so und ich finde es krass, dass er, weil da hat er noch gar nicht, der hat ja noch nicht direkt über diese ganzen, ähm, das Corona-Thema ist ja viel später gekommen, zwei Jahre später wurde das zu einem Meme, während dieser ganzen Corona-Sache, weil Leute dann, weil er sich zu Corona geäußert hat, in seiner Vergangenheit rumgeschnüffelt haben und versucht haben, Dinge zu finden, wie die ihn lächerlich darstellen lassen können, so, und dass jemand dafür gecancelt wird, finde ich einfach sehr, sehr traurig, Mann, weil der hat niemandem was Böses getan, weißt du, im Gegenteil. Ich bin sogar überzeugt davon, ich kenne ihn nicht so deep, aber ich bin überzeugt davon, dass Kianusch, generell niemandem was Böses möchte und all das, was er tut, eigentlich aus guter Intention macht, weißt du? ...zu reden, auf einmal hast du jemanden bei dir sitzen, der irgendwie in die rechte Ecke gehört, wenn du richtig tiefer reingehst, dann redest du auf einmal mit solchen Leuten und dieser gesamte Cocktail hat irgendwie dafür gesorgt, Bruder, dass du mittlerweile ein Narrativ bedienst, dass die Leute dich mehr damit assoziieren, dass du für sowas stehst, als, wie gesagt, dafür, dass du einer der geilsten Rapper in Deutschland bist, Digga. Und wenn ich als Künstler, ja, ähm, jetzt... Ja, das stimmt schon. Und die Frage ist halt bei der ganzen Sache, ob das an Keanu schliegt oder ob das an den Leuten liegt, an der Szene, an den... Nicht an der Szene, sondern an den Zuhörern, so. Was ja halt immer Leute so zu schnell in irgendeine Ecke drängen und nicht mehr... Ja, keine Ahnung, Alter. Ich finde, man kann beides sein, so. Ich finde, man kann Aufklärungsarbeit leisten, sich mit Themen beschäftigen und trotzdem einer der krassesten Rapper sein, so. Warum kann man, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, nicht trotzdem einer der krassesten Rapper sein, so? Ich will nicht... Bro, meine Vorbilder, die Rapper, die ich am meisten gefeiert habe oder Künstler, die ich am meisten gefeiert habe, die haben sich tief mit solchen Sachen auseinandergesetzt, wie ein Tupac oder wie ein Nas oder wie ein Bob Marley oder wie andere Leute aus der Reggae-Richtung, so. Das gehört da zusammen. Weißt du, wie ich meine, so? So. Live gehen würde auf Twitch und mir auch mal sowas reinziehen würde, würde es wahrscheinlich gar nicht diese Brisanz haben, wie bei ihm, aber er ist, was dieses Thema angeht, schon ein bisschen verbrannt und sollte meiner Meinung nach die Finger davon lassen und nicht, weil irgendwie, dass du dann von oben gecancelt wirst oder irgendwelche Leute dann da sind. Es ist was ganz Normales. Guck mal, wenn du, keine Ahnung, Digga, das ist auch das, was ich meinte mit, du brauchst dich nicht wundern, wenn du nicht mehr im Mainstream stattfindest. Digga, wann habe ich im Mainstream stattgefunden? Wann hast du mich in der DSDS-Jury gesehen, dass ich im Mainstream stattfinde? Ich meine damit, wenn du beispielsweise irgendeine fragwürdige Meinung über beispielsweise, keine Ahnung, Transmenschen droppst, und dann bei Nike eine Kooperation anfragst und dann jemand in der Marketingabteilung sitzt, der diese Entscheidung treffen muss, der sich dazugehörig zählt, dann wird diese Person unterbewusst schon ein negatives Bild von dir haben und du bist direkt abgeschrieben. Das ist was ganz Normales. Wenn du Corona als einen kompletten Scam betitelst, also das ist eine komplette Lüge gewesen. Kompletter Scam. Auch alle Menschen, die irgendwie krank gewesen sind und so, das ist alles fake gewesen. Und du hast dann bei einem Normale Grippewelle. ...Anbieter, jemanden sitzen, der eine Oma hatte, die todkrank im Bett lag, er kriegt einen Kick auf dich, Alter. Deswegen, lass einfach die Finger davon und damit meine ich nicht, dass du nicht systemkritisch sein darfst. Ich sage selber, wie die deutsche Regierung damit umgegangen ist, ist riesiger Bullshit gewesen. Okay? Hier wurde viel Scheiße gebaut während dieser Corona-Pandemie. Aber das ist ein riesig großer Unterschied, das zu sagen oder halt in, sich in gewisse Strömungen zu begeben. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, Digga, wenn du Musik machst, bleib bei deiner Kernkompetenz. Wenn es dir auf deiner Seele brennt, wenn du wirklich was zu sagen hast, ich bin der Letzte, der dich aufhalten wird. Aber dem Keanu, ich brenn's nicht auf der Seele, bei Twitch zu sitzen und sich diese Sachen anzugucken. Das ist... Echt? Hab ich schon das Gefühl, dass ihm das auf der Seele brennt, so, wenn ich ehrlich bin. Aber PA kennt ihn besser. ...in keine Herzensangelegenheit. Echt? Krass, Digga. Das ist keine Herzensangelegenheit für ihn. Herzensangelegenheit ist für ihn seine Leidenschaft. Musik, konzentrier dich da... Ich hab das Gefühl, dass es auch ein Teil seiner Leidenschaft ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, Menschen bewusster zu machen und wenn er teilweise... Ich guck mir ja öfter seine Streams auch an und so und der wird auch teilweise emotional bei diesen Themen, weil er einfach da auch wirklich hintersteht und wirklich was mitgeben möchte und so, dass Leute, die in seinen Stream reinkommen, vielleicht eine neue Perspektive haben. Also ich persönlich hatte immer das Gefühl, dass es ihm wirklich auch am Herzen liegt. Mir auf jeden Fall liegt es extrem am Herzen, sonst würde ich das nicht tun. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, alles in der Öffentlichkeit, alles lag mir am Herzen. Sonst mach ich es nicht. Weißt du? Und auch wenn du dir irgendwie den Anspruch verfolgst, die Welt zu retten, wobei man dann auch irgendwie sich fragen muss, ob das wirklich Welt retten bedeutet, ne? Digga, bleib erstmal bei deiner Sache. Erarbeite dir erstmal eine Position. Hol dir Power, hol dir Macht. Dann kannst du am Ende immer noch gucken, wofür du deine Macht einsetzen möchtest. Aber auf... Strategie-Vibes halt, ne? Er sagt halt, mach erst so, mach dann so. Weißt du? Ich bin halt anders drauf, Bro. Ich war auch lange Zeit auf diesen Vibes unterwegs und dachte, ja, ich muss ja erst Geld machen und so. Das war früher meine Intention. Ich muss erst Geld machen, Reichweite machen und so. Und dann fange ich an und so. Aber irgendwann hat das bei mir ein Switch gemacht. Ich glaube, diese ganze Corona-Sache, das war mir einfach viel zu viel und ich habe das so krass auf meiner Seele gefühlt und ich habe gesagt, nein, jetzt kann ich nicht mehr. Ich muss jetzt, ich muss jetzt meinen, meinen Gefühlen und das, was ich denke und das, was auf meiner Seele ist, muss ich jetzt freien Lauf lassen und es wird schon alles so kommen, wie es kommen soll. Und umso mehr ich mich dann auch noch mit Bewusstsein, mit Gott, mit Meditation, mit Spiritualität auseinandergesetzt habe und vor allen Dingen auch mit Menschen, die auch eine gewisse Sache gemacht haben, die auch so eine Sache gemacht haben, die auch nicht darauf gewartet haben, bis sie erst mal reich und famous waren, sondern teilweise sogar dadurch reich und famous geworden sind, weil sie endlich angefangen haben, ihrem Herz zu folgen und dem zu folgen, für was sie da sind. So, weißt du? Und vielleicht ist Keanu ein Revolutionär, der dafür sorgen soll, dass gewisse Menschen einfach einen neuen Blickwinkel auf Dinge bekommen und dafür sorgen soll, dass Menschen anfangen, über Dinge nachzudenken und anders zu denken und vielleicht motiviert er auch Menschen. Mich hat er zum Beispiel auch motiviert, wenn ich Keanu schon mehr reinziehe und damals auch der Talk mit Keanu ist wieder der Erste, hat mich auch inspiriert, motiviert, auch wieder mehr ich selbst zu sein. Und ja, Digga, das ist halt geil, wenn du dann Leute triffst und dich mit Leuten unterhältst, die ein ähnliches Mindset haben, die ein ähnliches Herz haben, die eine ähnliche Aufgabe fühlen, dann fühlst du dich auch wieder bestätigt und ich glaube, dass Keanu echt vielen Menschen auch Kraft und Halt gibt, gerade in diesen Zeiten, weißt du? Halber Strecke in die Richtung abzudriften, tut ihm nicht gut und er ist mein Bruder, er ist einer meiner besten Freunde, Digga, ich kenne seine Familie, er ist auch Vater seit einigen Jahren, Musik sorgt dafür, dass sein Kühlschrank voll ist und kein Leon Lovlock und auch niemand anders, der ihn in dieser Sache bestärkt, wird morgen zu ihm kommen und ihm seinen Kühlschrank voll machen, wenn es mit Musik nicht mehr läuft, weil er einfach bei manchen Leuten unten durch ist, weil die... Also ich würde ihm helfen, Digga. So, ich bin jetzt kein Richie Rich oder so, weißt du? Aber ich würde auf jeden Fall mit ihm reden und wenn er irgendwie Hilfe braucht oder wenn ich irgendwas tun kann, dann würde ich das für ihn tun, weil ich in ihm eine sehr gute Seele sehe. Guck mal, die blicken ja auch nicht hinter die Fassade, die gucken sich das ja gar nicht an, die sind ja keine Menschen, die sich dann mit Kianusch beschäftigen. Du machst das zwei, drei, vier, fünf Mal, dann bist du in dieser Ecke, bist du in dieser Schublade drin und diese Schublade wird auch nie wieder aufgemacht, wie es jetzt bei Leon der Fall ist. Deswegen siehst du auch bei ihm gar keinen Hate-Kommentar mehr. Ja, du siehst nur noch Leute, die ihn bestärken in dem, was sie tun, weil alle anderen Menschen ihn abgeschrieben haben. Die interessiert dich gar nicht mehr. Der ist da drin und der kommt da auch nie wieder raus und ich will nicht, dass... Der ist da drin und kommt da nie wieder raus, Bruder. Ich bin zu Hause, Bro. Ich bin zu Hause, Bro. Ich bin mehr ich selbst denn je. Mehr denn je. Und ich fühle mich wohl und extrem geil mit meiner Entwicklung so. Wirklich extrem. Und ich werde noch tiefer in die Bewusstseinsschiene reingehen. Da geht es gar nicht um irgendwelche Theorien oder so. Es geht einfach darum, dich frei zu machen, weißt du, wie ich meine so. Und ich werde in Zukunft auch noch tiefer in diese ganzen Sachen reingehen, werde meine Message weiterhin verbreiten und das, was mir am meisten am Herzen liegt, ist einfach, Menschen auf diesen Weg mitzunehmen. Weil ich bin Leon Lovelock. Das Wort Liebe und Love ist nicht umsonst in meinem Namen drin. Ich werde irgendwann vor vielen Menschen stehen und darüber predigen, wie du von deinen Gedanken zurück ins Herz kommst und dein Leben endlich zu dem Leben machst, was für dich bestimmt ist. Das ist die Kernmessage. Da will ich hin, weißt du. Und es wird auch so sein. Und ja, deswegen, ich bin froh, Bro. Ich bin happy. den Künstler da reingerät. Weil das nicht gut für ihn ist. Und als derjenige, der diese Verantwortung trägt, ist das meine Pflicht, ihm das zu erklären. Und wer von mir erwartet, dass ich ihm was anderes erkläre, der erwartet von mir im Umkehrschluss, dass ich diesen Laden dicht mache. Guck mal, als 15-, 16-jähriger Junge, ja, ich war früher auch. Okay, Freunde. Ich würde sagen, reicht, oder? Schublade den, motherfucker. Was meint ihr, Freunde? Aber geile Diamantkette. Welche? Meine? Ich trage nur noch Crystal, Bro. Lovelock trägt Crystal. Er verschwörungstheoretisch unterwegs. Als Jugendlicher, als Mensch, der auch nur bis zu einem gewissen Punkt denken konnte. Es fing an mit Loose Change damals. Das war diese 9-11-Dokumentation, die auch gar nicht schlecht gewesen ist. Und dann hast du dir irgendwann Sideguys reingezogen, dann hast du dir Arrivals reingezogen. Wichtig. Hast du dir so Bücher reingezogen wie Geheimgesellschaften im 21. Jahrhundert und dann warst du drin, Digga. Und dann gehst du auf einmal raus und sagst, Deutschland ist eine GmbH, während das eigentlich ein Hauptargument von Nazis ist. Weißt du? Und es wird gar kein Unterschied mehr gemacht. Und damals war das so, dass, wenn ich irgendwas auf YouTube gesehen habe, was meinem Denkansatz entsprochen habe, Das ist halt scheiße. Beziehungsweise, ja, aber nur, weil jetzt gewisse Nazis oder rechte Gruppen auch gewisse Themen ansprechen, heißt das ja noch lange nicht, dass ich nicht gewisse Themen auch ansprechen kann. Das war ja genauso wie zu dieser ganzen Corona-Zeit, wo du dann auf diesen Demos, wenn du dann auf diesen Demos warst oder gewisse Sachen kritisiert hast, dann wurdest du halt direkt in die rechte Nazi-Ecke reingedrückt und gestellt, weil du da auch auf der Demo warst oder weil du gewisse Dinge sagst, die die auch sagen. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann ja die Maßnahmen kritisieren und sagen, ich gehe dafür auf die Straße für meine Freiheit, aber muss trotzdem kein Nazi dann sein. Weißt du? Und genauso auch mit anderen Themen. Weil ich persönlich bin definitiv kein Nazi und ich bin auch kein Rechter oder ich bin auch kein Typ, der sich mit diesen Leuten sympathisiert oder so. Weißt du? Aber es kann ja sein, dass wir Überschneidungen haben in unserer Denkweise und das macht es halt so schwer auch. Und ich glaube auch deswegen sind so viele Leute nicht auf die Straßen gegangen und da waren nicht viele Nazis. Ich war da. Weißt du, wie ich meine, ich war auf dieser Demo und da gab es vielleicht kleine Grüppchen, die da auch teilgenommen haben. Das will ich gar nicht absprechen. Aber es war nicht full mit Nazis, weil dann hätte ich gar nicht da hingehen können. Also da wäre ich nicht mehr lebend rausgekommen an der Stelle. Aber es war nicht full mit Nazis. Weißt du, wie ich meine, da waren viele Familien, da waren viele ältere Leute und die Medien haben das halt extra so aufgebauscht, damit die Leute da halt nicht hingehen, weil die denken, wenn ich da hingehe, dann bin ich auch direkt Nazi. Ne? Das war für mich direkt verifiziert. Das war für mich die Wahrheit. Da bist du auch gar nicht mehr auf Quellenrecherche gegangen. Das hat mir gefallen, was dort gesagt wurde und deswegen habe ich das direkt angenommen. Ja, das ist der Shit. Und Mainstream war für mich immer direkt gelogen. Das sind die Bösen. Und jetzt mittlerweile bin ich, wie gesagt, in der gesunden Mitte. Ich betrachte beides kritisch. Ich fresse nicht alles, was mir der Mainstream so richtig serviert. Genauso wie ich nicht jeden Sternartikel direkt als Lüge abtue. Und genauso fresse ich nicht alles, was mir YouTube serviert. Grundsätzlich einfach skeptisch sein. Vor allen Dingen bewusst sein. Das ist ja auch das, was ich immer wieder sage. Bewusst umgehen mit den ganzen Sachen. Informationen aufsaugen von hier und da und dann in sein Bewusstsein zurückkehren und da reinfühlen. Was sagt mir mein Gefühl? Was sagt mir das Göttliche, was jeder von uns in sich hat? Was sagt mir mein Bauchgefühl? Was sagt mir mein eigener Verstand? Du musst nicht eine Sache eins zu eins übernehmen. Du kannst selbst hinhören und dir deine eigene Meinung bilden. Das ist nicht gefährlich und das ist auch nicht schlimm, wie manche Leute das darstellen wollen in den heutigen Zeiten. Das ist eigentlich richtig so. Von irgendeinem Typen, der in seinem Hinterzimmer schlecht synchronisiert, irgendein Video hochlehnt, Digga. Mit Akten. Soundtrack drunter unterlegt. Weil ich irgendwann verstanden habe, dass das auch ein profitables Geschäft ist. Natürlich. Die auch aus diesem Content einfach Geld machen. Safe. Da würde ich gar nicht widersprechen, wenn ich ehrlich bin. Die wissen, dass es Leute gibt, die auf diesen Scheiß stehen und die schreiben Bücher, die machen, die tun und dementsprechend, ich gehe mit... 100 Pro, Digga. In Amerika gibt es Millionen Businesses, die sich aufgebaut haben, nur mit Alienverschwörungen oder mit flacher Erde oder mit irgendwelchen Geschichten. Da gebe ich ihm recht. Man muss da definitiv vorsichtig sein auch. Allem einfach kritisch um. Oder Alex Jones hat damit ein Vermögen gemacht. Das ist... Safe. Das Geschäft mit der Angst. Das Geschäft mit Angstmacher, Panikmacher und... Und Alex Jones hat auch viele Sachen erzählt und viel Scheißdreck erzählt, wo ich auch nicht hinterstehe. Ich enjoy die Gespräche mit Joe Rogan auf jeden Fall extrem mit Alex Jones, weil Alex Jones halt auch einfach einen Fick gibt und einfach alles ausspricht, Digga. Und zu allem eine Theorie hat und zu allem irgendwie was weiß. So, weißt du? Aber na klar, der hat ein Millionen-Business damit aufgebaut. Naja, die Billionen hat er nicht mehr wirklich, weil er ja für dieses... Für diese eine Aussage dann auch jetzt über Milliarden verklagt wurde. So. Aber ja, natürlich. Ey, man soll... Man muss alles kritisch hinterfragen. So, da gebe ich denen recht. Da kann ich nicht widersprechen. Äh, Verschwörungs... Das Gleiche machen auch die Mainstream-Medien. Ja, genau. Das ist es halt. Das ist halt wirklich so. Das ist halt echt so. Die Mainstream-Medien machen auch Geld mit der Angst. Da in Mainstream-Medien siehst du auch eine krasse Schlagzeile nach der anderen, so. Da ist ein Horrorszenario nach dem anderen. Ein aufgebauschtes Thema nach dem anderen, so. Ist klar. Das ist halt die Maschinerie. So funktioniert das halt, Geld zu machen, so. Du polarisierst halt, egal in welche Richtung. Aber ich glaube, es gibt halt auch Leute, die einfach einen guten Mittelweg fahren. Und ich würde mich persönlich, auch wenn jetzt die Jungs sagen würden, ich bin ganz tief in irgendeiner Ecke drin und komme da nie wieder raus. Ich würde mich persönlich als jemanden bezeichnen, der relativ in der Mitte ist, so. Kommt vielleicht für manche nicht so rüber, aber es ist so. Wenn ich den Stream ausmache, wenn ich im echten Leben stattfinde, so, wenn ich meditiere und wenn ich draußen rum, ich bin bewusst, ich bin sehr, sehr bewusst geworden mit den Jahren. Ich habe alles bewusst auf dem Schirm. Ich lasse mich von nichts mehr aus der Bahn werfen. Ich nehme nichts persönlich. Und ich mache mir keine Horrorszenarien im Kopf und denke, die Welt ist jetzt scheiße und die Welt wird untergehen und alles Verschwörungen und ich werde gejagt von irgendwelchen Regierungsbeamten oder so. Wie sich das manche Leute vorstellen, wenn du dich mit gewissen Themen auseinandersetzt. Im Gegenteil. Die Themen, mit denen ich mich im Privatleben am meisten auseinandersetze, ist Spiritualität. Im Bewusstsein zu sein und aufhören zu denken und in seinem Herz stattzufinden. Seinen Traum zu finden, seinen Traum zu leben und so viele Menschen wie möglich damit zu beeinflussen. Jedes Mal, wenn ich rausgehe und Gespräche führe, dann geht es immer nur um Spiritualität. Dann geht es immer nur um die Message, die ich wirklich habe und in letzter Zeit, wo ich mich immer mehr mit diesen Themen auseinandersetze und mich mit Menschen unterhalte, kriege ich sehr viel Feedback von Menschen, die froh und dankbar sind, dass ich mit denen diese Gespräche habe. Weil ich sage euch eins, dieses eine Gespräch mit Kurt Tepperwein hat mich verändert. Das hat mir meine Sicht auf die Welt und auf mich persönlich als Mensch auch sehr krass verändert und ich habe einiges gelernt, was sich wirklich auch schon in mir gefestigt hat. sodass ich wirklich auch jetzt schon anderen Menschen helfen kann mit dem, was ich verstanden habe und das ist das, was ich am meisten machen möchte und das ist das, was mich auch am meisten erfüllt. Ideologie, dass hinter allem, hinter jedem, hinter jeder Ecke die nächste Verschwörung lauert. Der Nächste, der sich gegen dich verschworen hat und der genau dich da draußen unterjochen möchte, versklaven möchte und sei bitte kein Schlafschaf, sondern folge meinem Content. Alles schon versklavt, egal. Sorry, aber die Matrix ist real. Muss ich so sagen, wie es ist. Die meisten Menschen da draußen wissen gar nicht, was Bewusstsein bedeutet. Die meisten Menschen lassen sich nur lenken von allen Sachen, die im Außen stattfinden. Von den Medien, von Emotionen, von Gedanken, von Gefühlen und haben mit dem echten Menschsein und mit sich selbst wenig zu tun, sind wenig mit sich selbst in Verbindung. Das ist halt einfach so. Und das hat nichts mit einer Verschwörung zu tun, sondern es ist einfach Facts. Wenn du rausgehst, gerade in Deutschland, dann siehst du keine, dann siehst du sehr viele Zombies, die eigentlich gar nichts mit dem echten Menschsein zu tun haben. Disconnected von der Natur, disconnected von dem, was sie eigentlich sind, disconnected von Gott, disconnected von dem, dass wir alle miteinander verbunden sind, von dem, dass wir uns alle eigentlich gegenseitig lieben sollten. Von diesen Menschen gibt es nicht mehr viele und deswegen ist die Matrix real meiner Meinung nach. Abonniere meinen Kanal und am besten noch Subscriber noch hier in meiner Telegram-Gruppe und noch ein Echer. Digga, das ist für mich zu einfach gedacht. Früher habe ich das alles direkt gefressen, weil es mir gefällt. Aber reicht jetzt auch, Freunde, oder? Ich würde sagen, reicht. Ich hoffe, dass eventuell PA auch sich das reinzieht, so, weil, ja, keine Ahnung, gerade, ähm, die Sachen, die ich auch gesagt habe, in seine Richtung und dass er das persönlich genommen hat und diese ganzen Sachen, keine Ahnung, Alter. Ich hoffe, dass der irgendwie das sieht und dann nicht auch wieder negativ das aufnimmt, alles so, weil am Ende des Tages habe ich nichts negativ gemeint und ich wollte niemandem schaden. Mein Kern-Chat, meine Kern-Community weiß das auch und die haben das von Anfang an gewusst und gemerkt und gespürt, so. Aber, ja, weil ich will hier nicht, dass irgendwelche Leute gegeneinander sind, so. Weißt du, wie ich meine? Ich will nicht, dass irgendwelche Leute hier jetzt sagen, so, ja, ich bin auf dem seiner Seite und den mag ich jetzt nicht mehr und diese ganzen Sachen, so. Nein, jeder soll seine Meinung behalten. Jeder soll, jeder soll so denken, wie er es für richtig hält und, ja, Mann. Komm, Alter, wir hören mal einen neuen Song von mir rein, oder? Freunde, 12. Mai, Digger. Online it in, man. Ich brauch' bisschen Vibes jetzt. 6, 8, wir sind out of control, Sommernacht, heute am Block und wir hassen uns hoch, ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu Stunta.